Wir spielen Turm. Hatten wir an diesem Abend noch gar nicht. Geisel hatten wir auch noch nicht, aber erst einmal hallo einerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Zwei Gegner mit einem X vorne dran. Die, die nicht im Trupp sind, die haben größere Symbole. Wenn man der Taste drückt, habt ihr das auch? Die sind generell vorgehoben. Die Waffen sind größer und die Namen und die Bildchen. Wobei die Namen? Auf jeden Fall stehen die weiter oben. Hast vielleicht gewollt. Wenn du Lern-Taste drückst, dann sind die Namen und die Symbole höher gestellt als unsere. Also die der Mitspieler, die nicht im Trupp sind. Können wir halt auch nochmal gucken bei der nächsten Runde. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Die Zimmer sauber. Hier ist auch sauber. Das ist sauber. Wo ist sauber? Die Zimmer und das ist sauber. Okay. Da oben. Da war zumindest jemand. Vielleicht macht der Lüte zu. Hm. Dann runter. Da sind es vielleicht zwei. Okay. Das ist hier beim Chef. Außenwand-Chef. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern. Ja, Doc haben sie noch, oder gut. Okay, ich guck mal rein. Hier schießt jemand im Einzelschuss. Schieß zurück. Wer ist das? Kennen wir schon. Wer ist das? Kennen wir schon. Mann. Oh. Oh, hier ist offen. Okay, Ella ist in dem kleinen Nebenraum. Nein, verfehlt. Ella im Gamping. Wer hat den Weg? Da ist die Kamera. Voll die Schwestern-Spielung. Auf die Links von uns, ja. Ah, na selber. 35 noch. Wo ist denn, Moritz? Mein Gott. Die ist rechts neben mir. Da ist er. Schwärzt den Dörr gewonnen. Ah, der ist hier direkt und bereit. Mist. Ich geh rein. Wenn ich nicht reinkommen würde. Scheiße. Ich hing da unten. Ich konne nicht rein. Hey, lass meinen Topf in Ruhe. Ich hab mir eine Tür gemacht. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Tee-Zimmer. Tee-Zimmer. Da gibt's Cola. Cola-Tee? Eis-Cola. Mit Blümchen-Streusel. Ja, das verwirrt mit Kappfrau. Na, aber hallo. Ich werde als Erster sterben. Ja. 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 Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Niemand darf wissen, dass ich heiß. Irgendwie. Ohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Na, muss ich mal stecken. Ah, drinnen. Er hat mich gefunden. Hä? Wenn man noch eine Wand hat, hier ist noch eine halbe offen. Zehn Sekunden noch. Es bleiben fünf Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Schneller. Mein Gott. Satcha kalt, meine Fußabdrücke. Ja. Das war's für heute. er macht hier die eine kettetür man ist das spannend der mitmacht auf ich kapsch jetzt nein was das kann nicht sein das kann nicht sein scheiß jetzt bin ich zu weit außen nein das ist gerade reingepft dieser arsch ich habe die klammer zerstört von ihm er versucht nicht mehr den behälter zu sichern den gegner von der sicherung des behälters abhalten mission gescheitert ich weiß nicht ich war noch im raum termit kann mich aber treffen ich ihn aber nicht das kann doch nicht sein ist doch totaler schwachsinn er kann auch bloß den gleichen winkel gehabt haben so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020